Moin Leute und willkommen bei einem neuen Let's Play Together auf unserem Kanal No More Room and a Half von Steam mit Willem Showbox und dem Sgt Cola genau mal ein neues Spiel und ist sowas in so ein so ein so ein Zombie ähm Spiel ja und es gibt wieder diesen geilen äh wagt dass ich den Sgt Cola nicht verstehe ich komm gleich wieder in den TS reingejoint bis gleich Leute genau das ist hier so ein ähnlicher ähm so ein so ein Bug halt dass ähm Showbox mich irgendwann nicht mehr hört das wird öfters vorkommen und genau also die beiden müssen jetzt nur noch sterben so hier bin ich wieder also die beiden müssen nur noch sterben und dann können wir joinen ahja ok verstehe und der eine wird jetzt sterben ohja der ist tot der ist tot und ihr könnt jetzt mal zugucken und der ist jetzt nämlich hier gestorben also der ist der Spieler und der ist jetzt einfach weg hä? ok vergesst ach ach jetzt ist er aufgelaufen am Anfang auf nichts man findet halt verschiedenes da kreize ich einfach die Pistole weil jetzt da ganz ruhig erst mal alles zunageln okay genau also mit dem Hammer hier also wir sind jetzt in so im Haus und mit dem Hammer können wir hier hast du einen Hammer? ja machen wir ja okay dann hast du auch Brett also dann können wir die Türen einfach mal zunageln damit ich ganz so viele Zombies reinkommen so das ist ein Mod von so also die diese Idee ist zu wo machst du grad zu? ich mach hier grad zu aber der macht's wieder kaputt der Spaß alter du musst ihn wegschießen kann ich nicht so hast du ne Waffe? ja Digga ok das ist gut ich schlag immer am Hammer nochmal am Ende so ich hab glaub nur ne Pistole ja aber das wird euch reichen ich hab aber man kann ja auch Sachen so wegtragen ja genau dass man die ja mit woanders hin nimmt ich hab jetzt hier irgendwie die Pistole mit eigentlich also ich kann die ja dann so hochnehmen und mitnehmen wenn das irgendwas wichtiges ist weil ich aber nicht mehr aufnehmen kann also wenn's grün ist kann ich's halt noch mit abnehmen warum machst du das? warum ist er dumm? ist er irgendwie behindert? warum warum macht er das Ding weg? ja dann wird es für sterben ja Gott ist er dumm Junge du weißt es nicht Alter geh da weg Junge lol treff mich bis hierher warum kriegt denn da kein Headshot? so ja dreh dich doch alter ja stirb so ähm also Munition ist ja allgemein immer relativ knapp ja ja und deswegen haben wir das Atem kann man eigentlich kaum überleben ähm ja ne ok ähm was sag wo bist denn du hin jetzt? du bist da oben ja ich weiß aber nicht wie ich die äh die äh die äh ich bräuchte hinten Hilfe oder? komm da noch mehr na bleib doch stehen Junge was ist denn das für ein Kunde Junge jaaa mach doch das Ding auf ja ich will mich jetzt verarschen so der stirbt jetzt schön dann krieg ich den seine Waffe hier oben noch was schönes help help nee wir helfen dir nicht komm komm mal hier mit ja komm mal hier geht's äh ich brauch ne Waffe du brauchst ne Waffe hier gibt's eine wo eine Revolver danke hier das ist der Revolver so Pistole weg ok ich kann die nicht aufnehmen volles Leben warum kann ich ich kann ich kann hä ich kann die Revolver nicht aufnehmen ich hab alles weg gehauen jetzt krieg ich auch hä lol ok ähm ja das macht schon ein bisschen lecky ohja sind hier welche an der Tür ich mach uns die Türen weiter zu geh mal helme hast du schon zu? ne ne ich immer noch nicht zu ähm ich weiß gar nicht wie man die geh mal weg dann helme ich dazu da kommen welche ich würd weggehen ah das bist gar nicht du ne ich bin auch intelligent du naja das ist der Nova ich würd mir erstmal ein Baseball spieler der kloppt einfach in das Holz ja der ist intelligent ich hab hier was kloppt für den du bist auch gleich tot oder? ne ne ich wurde noch kloppt kein einziges Mal gewissen ja so ich mach mal hier ähm Junge bist du behindert? was hat denn der für eine Behinderung alter? ohne Spaß war macht alter ja der stirbt jetzt natürlich ja na aber war doch irgendwo klar ne? ach nee ganz ehrlich gehen wir mal weiter zu mir mach ich grad mach du die mal mach du die mal mach du die mal aber ich glaube die kommen auch von hier ja die kommen auch von hier ist klar macht die von da macht nein macht die da ich mach die wir beide machen was das keine ahnung einfach nehmen ich kann nicht wieder zuhören oh ja wo ist ne hammer so hier ist schon mal zu schaffst du das ich hab aber das letzte magazin ist bei mir angebrochen lass mich weitermachen ja mach du weiter versuche noch mal eine neue waffe aufzunehmen was ich hab gedacht ich hab nichts mehr ja ich würde mich ja also kannst du mal kurz mit vorkommen da wird die eintür da wieder zu nageln ja ich muss kurz ich muss auch ein bisschen money aufsammeln sonst ja das ist jetzt auch wichtiger da ist es braucht man hier egal ja ich komme runter ist die eintür noch zu mein gott warum kann ich nicht nachgeladen warum kann ich hab doch gerade erst nachgeladen also allerdings wird auch wird es auch bald nein nein geh weg sagt so da stirbt jetzt auch klar weil der ist gut sehen müssen wir schützen dann macht ihr alle mittags fertig und stoppen also alle türen zu machen nicht cool du darfst nicht sterben ja das macht der ok warte hinter dir schaffst du das oh mein gott oh mein gott das sieht mich natürlich ich sehe wir schon wieder offen ja nee ich darf nicht so verschwenden das ist der wird mir gerade angefressen der da unten ok und sind zombies oh mein gott das kann man doch gar nicht schaffen alter ich gucke gerade darum hab ich da was nötiges finde oh ja der nimmt aber richtig toll alter guck mal oh mein gott ich hab nichts mehr hier hat jemand richtig durchfall gehabt wo bist du denn? bist du oben? ja ich bin im bad oben wo ist denn das bad digger? naja gott ist zu viel dazu ich hab gehört hier gibt es probleme hat das noch muni? ich brauch doch nur etwas muni hier gibt es noch eine sniper falls du die aufnehmen kannst wo? snipers immer gut wo ist denn die? digger? hallo nein 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 wie ist die sniper? hat schon irgendwer aufgenommen lol geh mal weg hörst du mich noch? hörst du mich noch? ja ich hör dich noch muss ich mal ein bisschen sagen weil wir wissen ja wie das da ist ich würd sagen wir gehen zum haus oder? komm mal raus wir gehen zu dem einen haus dort wir gehen zu dem haus dort sicher lol nein wir brauchen jetzt hier alle da gibt es muni auch oh mein gott hallo siehst du immer bitte was hier hochkommt ja warte ich geh mal ein paar abgaben das oh leih ich hab keine muni mehr wie kann ich einen springen alter showbox wir bräuchten hier wirklich jemanden ja ich komm gleich der lässt mich jetzt auch nicht feststellen nein lass den in ruhe lol wir dezimieren hier hä? lol oh leute nein ich werd sterben oh leih jetzt kommt der drosche lol kann ich dich schlagen? nein 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 ich bin gleich tot oh mein gott ich werd jump 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 nein wenn ich runter springe ist noch schlimmer ich brauchte aber jetzt so komm da ist niemand da ist kein... los komm ok komm scheiße ah scheiße ich kann oh mein gott schnell 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 ok das ist jetzt so oh mein gott hier sind welche von wegen es ist niemand er da ja komm schnell kommen wir zu mir hinter dir geh rein oh mein gott oh mein gott nein nein hier ist noch was ich kommen kann ich auch nicht oh mein gott nein oh mein gott lol oh ne alter was ist das ach dann ist das immer server shutting down warum man bei uns hat ja gut Leute ich sag mal machen wir kurz cut ihr habt ja bisschen was gesehen und dann sehen wir uns in der nächsten Partie bis dann tschüss jetzt wir sind da